Aloha und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Trine 3 2, Trine 2, so rum. Mit mir und... Hallo. Hallo. Ja. Das Schöne ist ja, Trine 3 kommt ja auch irgendwann das Jahr raus. Ja, das wusste ich natürlich, das war... Du? Du kannst das Ding ja gerne stehen lassen. Nö. Mag ich nicht. Du kannst ja gerne an meine Planke schießen. Aha, cool. Ja, mei, natürlich, das ist kein Thema. Ich bin drüben. Willst du auch eine Planke haben? Und, plant das? Oh, so. Aha, ich bin Profi. Da oben sind aber doch Dingers gewesen, oder nicht? Wo? Oben drüber waren da keine Kugeln? Au! Die hab ich doch mitgenommen, oder nicht? Achso, cool, ich hab nicht drauf geachtet. Erstmal muss ich jetzt dieses komische Ding wieder in den anderen Raum schießen, damit ich mir hier die Kugel nicht umgehebe. Über drüber musst du schießen, über mir. Da ist es. Über dir. Ja. Nochmal. Wah! Steine. Tu, Fläschchen. Wir sind halt einfach immer an der Flasche, gell? Ich sag's dir. Kann ich da oben etwas kaputt püllen, oder ist das nur zum Festhalten? Ähm, was ist das? Ah, okay, das muss ins Licht. Merkst du das? Du hast da rechts, oben, das muss angeleuchtet werden. Ich wollt eigentlich voll meinen Fall da reinschießen. Das passt aber nicht. Geh mal runter. Ähm, ich häng mal eine Kiste drauf. Au! Ja, schau's nicht ruhig runter, das kann ich eh mal. Weil die Kiste, damit kann ich doch ein bisschen... Wann einmal. Kann ich das lenken? Ja! Gigantisch. Hey, wir sind seit ich und ob so richtige Rätselprofis, oder? Oh, ich sag's dir. Äh, hallo? Ähm, kann man das abhalten? Ähm, schieß mal einen Fall dahin. Toll. Zu langsam. Zu langsam. Zu langsam. Ich bin durch, alles gut. Oh, Mama. Also die Blase bleibt gestehen, obwohl da... Ich bin tot. Ich auch. Geh mal wieder beleben, oder? Ja, bitte. Danke. Ähm, genau. Da, 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 uah. Äh, so. Ich geh da jetzt einfach mal mit Pontius durch. Cool. Dann hüpfe ich einfach... Au, Mama, das hat weh geteilt. Ich bin schon wieder tot. Okay, top. Also mit dem Pontius geht's. Ich probier's jetzt nochmal, dann kannst du mit dem Pontius nach. Weil das mit dem Schild ist eigentlich echt praktisch. Okay. Ich geh's jetzt einfach nochmal. Okay. Ich lauf schon. Okay. Sehr gut. Probier's mit meinem Magier. Und bin auch tot. Ich lauf schon. Ich bleib einfach hier stehen. So, ich probier's jetzt einfach nochmal. Jawohl. So, jetzt läuft's. Ich rutsche, ich rutsche, ich rutsche. Jawohl. Und bin... Nein, ich bin nicht tot. Nein, nein, nein. Jawohl, ich bin drin. Ich bin safe. Au, scheiße, Goblins. Ich bin tot. Wollte, Magier, hilf mir. Ja, ich bin mit der Magier aber ganz hinten. Jetzt geh zurück und hol mich wieder. Ja, ich bin schon dabei. Chill dich. Ich bin gestorben. Ich war tot, verdammt. Ich hatte leiden müssen. Ja, Space. Jawohl, jetzt kriegt ihr erstmal Richtigkeit aus Fressbrett. Okay. Bam. Ich hätte auch mal den Magier nehmen und die einsperren. Oh, hier. Pfeil-und-Bogen-Action. Okay, wenn du auch da bist, dann führ dich weiter. Geh nachher, Dreckskerl. Von hinten. Von hinten. Ah. No change. Kleine Hinterlader. Bam. Ja. Da oben ist ein Speicherpunkt. Voll. Ähm, genau. Schieß da ran. Ähm. Was ist mit dem Ding? Ähm. Was ist da unten? Kamer, du musst jetzt da irgendwie... Genau. Was bringt uns das? Okay, kannst du damit das Ding... Ähm. Kamer, da unten links. Siehst du meine Kiste? Ja, da muss ich hinschießen, ja. Warte mal, vielleicht kann ich auch das Ding da nehmen, vielleicht geht da was. Ich glaube, das hat vom Wickel nicht hinwo. Runter. Ich da eine Kiste ran halt. Ja, halt nicht. Ja, halt nicht. Ja, mach ich. Da jetzt rüber, wa? Ist da unten noch was? Äh, ein Hebel. Ja, genau. Jetzt kann man wahrscheinlich durch, wa? Äftel. Äftel? Äftel. So, jetzt kannst du die Kiste halten. Kannst du am Magen dann wechseln und selber eine Kiste hinhalten? Ja. Oh. Warte. Dong. Machst du wundersch, wunderprächtig. Ich weiß, danke. Okay. Oh, hier wieder was zum Spielen für ein Mate für mich. Bitte, bitte, bitte. Nein, scheiße. Scheißen Hebel. Du, ah, mach mal. Mach mal, ich will weg. Ah, ich will weg. Ich will weg. Ganz böse, das Idee. Äh, was passiert jetzt? Wow. Okay, dann gehen wir einfach mal rum. Au. Oh nein, müssen wir schon wieder durch eine Schmiede. Oh, ein Schein. Das ist eine Kiste, ich sehe es genau. Und da dringst du den Speicherpunkt. Äh, rechts. Und da sind Teile. Uh, da müssen wir hin. Da oben ist eine Kiste, habe ich doch gesagt. Und da gehst du jetzt hin. Mach erstmal oben. Achso, ne, schon, okay. Ich gehe. Au, au, au. Kann ich abstecken. Was haben wir? Oh, Sammlergemälde. Direkt wieder angucken. Oh. Schick, 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 schick. Ja, schön, dass wir drüber geredet haben. Ähm. Au. Au. Okay. Nice. Nice. Ich gehe mir mal, meine... Oh, Hilfe. Ähm. Weißt schon, dass du jetzt die Fässer kaputt schießt und mich damit tötest? Ja. Genau das war der Plan. Äh, was können wir den Fässern... Hihihi. Ähm, da drüben. Was ist da? Wir müssen da rüberkommen. Was ist da drüben? Okay. Hey, wir können die Fässer benutzen zum rübergehen. Ja. Ja. Lieber nicht. Ja, was heißt der hier lieber nicht? Scheißegal. YOLO! Ja, so schaut's an. Oh, fuck! Ha, und ich hab mal eingesperrt, den Dreckskerl. He, der hockt hin und kann nicht weg. He, he, very nice. Tom, ich kann ja auch die Szenar, wenn das lieber ist. Die geht ja kaputt, die Kiste. Nein, geht sie nicht. Uah. Dann kann ich da oben noch die... Ja, Alter, ich hab da einen Goblin eingesperrt. Oh, ich hab die Kugel nicht bekommen. Voll die Kugel. Ich hab den Goblin eingesperrt. Feuer! Haha! Au! Ich kann ihn entnehmen. Das ist ja voll scheiße. Da krieg ich ja nochmal. Das ist ein Einspielbetag. Töten, 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 töten. Der hat mich voll weggemacht, der Typ. Dich hat er weggemacht, ja. Hi. 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 Ah, jetzt gehen wir zurück, wa? Braul. Ähm. Bin da. Tag. Da, ähm. Da müssen wir jetzt wegen was kaputt schießen. Da. Ja. Oder auch so. So geht auch. Geronimo. Da. YOLO. Ah, scheiße. Ah, scheiße. Ah, da ist Luft. Cool. Ein Rock. Geht mein Rock nach oben. Wie soll. Oh, fuck. Ähm. Ich will da hoch. Ah, fuck. Ich war schon fast oben. Da oben links ist der Holzplatz. Nee, ist was zum Anhängen. Ähm. Jawohl, das läuft. Ich bin drüben. Na, ich noch nicht. Aber. Kannst du dich was hinmachen? Schnell. Ah. Äh. Äh. Mich hat Toppen jetzt eingesperrt. Schaut schlecht aus. Nein. Ah, ich bin wieder unten. Aber. Kommst du hoch? Soll ich dir helfen? Ja, ich schaff's gleich schon. Ich brauch halt nur einen Moment. Eine Flacke kann ich hinsetzen. Wenn's gut ist. Ja, die bringt mir jetzt gerade noch nicht so viel. Weil ich hier noch schwinge. Hüpp. So. Nächster Versuch. Nee, schon wieder nicht. Ich krieg's mit. Au, au, au. Ja, toll. Super. Geil. Was machst du da eigentlich die ganze Zeit? Ich versuch da hochzukommen. Aber mir hilft ja keiner. Ja, warte mal. Ich jage jetzt schnell die Goblins hoch und dann komm ich. Okay, so weit ich das eigentlich... Au. Doch. Die sind saumies. Die wollen jetzt sterben. Ich schmeiß dir die Goblins jetzt runter. Okay, dann töten wir die... Halt den dahin, halt den dahin. Ah. So, die töten wir jetzt und dann gehen wir hoch. Warte mal, ich häng den da auf. Ah. Hängt der mich auf? Ich glaub's nicht. Ich geh mal eben kurz wieder runter. Oh, das stimmt ja nicht. Da谢谢 Pme, wenn ihr das Feuer durchgeht. G meinen wem. Die sterben oder? Du hast einen Drecksgeiln? cessorst? Yes. Hier ist doch wohl nicht klar, dass er nicht kommt. Okay. Nein, jetzt komme ich hier noch, verdammte Kacke! Ja, siehst du, das ist wie der Schwebke, ich bin der Bestie! Danke für den Speichelpunkt, yay! Ich mach einfach mal die Fässer da runter Was bringt uns das hier? Ne, da kommt nichts Aber... Ok, und hier? Und warte mal, und hier? Und weg! Ja! Glaubst du aus, ob das so gehört? Ich weiß nicht warum Bewegt sich das Holzteil da unten? Nö Oder auch nicht Da unten! Hast du das Feuer schon bewegt? Nö Was ist da? Was ist ein Fässer? Ah, da fällt mir was ein Fuck Geilo Na bitte Ähm, ja genau, wollte ich gerade sagen, geh mal rüber Das Upspace finde ich sehr mächtig Darum ist ne Kugel Wollen Ja, wohl, Sir! Hallo? Danke Na mal, wenn wir ins Loch gefallen Tag Das war jetzt blöd Ich rette dich Dung 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 Äh, Kugeln holen Na herrlich Schafft keiner Doch, ich kann mich hochheben Heben, lassen Au Äh, das war jetzt nicht so toll Ähm, genau Ich geh jetzt, ich halte jetzt die Kiste und du gehst da hoch und holst die Kugel Ja wohl, Sir Weil ich kann nicht laufen und saubern, also hoch mit dir Da jetzt ganz hoch Au Du musst es nicht gehen, jetzt müsste es passen Au Haben wir alles? Jo Gut, very nice Ähm, scheiße Dacht man nicht Ähm Jaa, YOLO Ja, YOLO Tja, dann hol mal irgendwen, es sind alle tot Ähm Ja, äh Ja genau, ich schau mal Aber wie komm ich jetzt da wieder rüber? Tja Sau, unnice Ähm Ja, du kannst da hinten gleich auf das Teil, das ist gleich da, das Moped Okay, das Moped? Ja, das Moped Das Moped Das Moped Bram bram Ach, ja Ja, wir haben Zeit Ja, ja Ey, wir müssen die Fahrzeuge voll kriegen, gell? Ja, ne, es Super Ich könnte hier eine Planke bauen Du sollst es halten, du Arschloch Ich war hier nochmal eine Planke Du solltest halten Jaa YOLO Ich bin der perfekte Türmebauer Ich sag's dir So, jetzt da oben im Pfeil Jaa, was? Da? Genau Jetzt müsste es die Lava aufhören zu fließen, oder? Eventuell, ja Wofür ist das Teil da unten? Wofür ist das da? Hast du da was gesehen? Kann ich das brauchen? Jaa, hier oben ist halt so ein Teil, aber Ich komme einfach mal hoch Aha Pfff Wofür zum hochkommen Waaah Äh, Türme bauen Ähm, hallo? Wenn ein Türmebauer ist, muss man nur sie rinken Ähm, was ist hier? Ähm, Lava, okay, 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 okay Jetzt kommt wieder was raus Ja, geil, 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 gerade wenn ich da drauf stehe Und fast durch bin, ne? Dann Ähm, okay, das kloppert da jetzt so raus, das ist glaube ich nicht so nice Ähm, achso, nein, ich will gleich tauschen Ich geh nochmal die Unternehmerin gleich wiederholen Ah, okay Genau, jetzt bin ich unterwegs Okay, ich glaub wir müssen dann einen Fall entschließen, sonst wird das nix Ich war ja schon fast durch, dann hast du das Teil aus meinem rausgelotzt und dann war ich hin Jetzt werde ich wieder schuld Ja, es jegt einer, muss schuld sein So, ich fäng, Alter, ich bin da voll durchgespaced, Mann Au Ich bin übrigens schon da Nimm die Kugel mit Welche Kugel? Ähm, die, wo ihr am Weg rumliegen Ach, ne, hab sie schon geholt Ähm, Spiegel, wir haben ja schon wieder Spiegel Aha, ich bin auch da Hab ich das schön gemacht? Da oben hängt eine Kugel Kugel Ähm, Planke wär besser wahrscheinlich war Kannst du auch mir hier so ein Ding jetzt auch, ja, mhm, au Ah, ist so viel Feuer, so viel Feuer So viel Feuer Ähm, Brosten muss man jetzt machen Äh, da hinten ist eine Kugel Hier ist ein Hebel Dickes Eis Mein Hammer bringt hier nichts Ähm, schau mal her Da oben ist so ein Ding, schau mal her Das muss man freischießen Nö Komm ich nicht dran, kannst du das ein bisschen zur Seite drehen? Oder kein Ding Äh Jetzt muss zielen Ja toll, geht doch Perfekt Dann passt du da oben Kiste Ähm, so, jetzt haben wir hier einen Hebel Ähm, Sammlergedicht Hier oben ist eine Holzwand, warum? Hinter der Holzwand ist ein Hebel, komm ich nicht hin Ah, Spiegelz So Äh, mit dem Spiegel kann man leider nichts ansteuern Ähm, spring mal in den Spiegel rein Juh Jolo Das ist cool Jolo Mal kurz, ich hab da eine Idee So, geh rein Jolo Ich hebel Jetzt tust du den Spiegel da da runter manövrieren Zu dem Lava-Teil Alter, jetzt ist die falsche Zeit, Rukatsch passt Nochmal Äh, lass ihn laufen Okay, es funktioniert, auch wenn es so nicht geplant war Doch, doch, das war genau so gedacht Cool So, was dir erlaubt ist, den Spiegel direkt zu manövrieren, dass wir da durch können Na toll, dass ich alles darf So, aber dann können wir theoretisch gesehen nach dieser Stelle auch mal wieder einen kleinen Cut machen, bevor wir da Äh, in das In diese Tiefen, was machst du denn da schon wieder? Keine Ahnung, ich probier da ein wenig rum Lauf damit, lass das Ja, äh, genau Ich glaub, das hätte sich so gehört in Wien Aber wir sind so immer, wir brauchen den ganzen Scheiß nicht So Schaut's Aus Ja, genau, dein Spiegel hätte dann davor gemusst und meiner nach da hinten, oder so Aber wir sind besser Ja, wir sind Gigantisch Da, äh, hallo Dann würden wir sagen, machen wir hier mal Schluss Und wir sehen uns im nächsten Part von 212 Bis dann, Servus